Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut bei TweakPC. Wir schauen uns heute ein bisschen einen besonderen Kühler an aus dem Hause Cooler Master. Das ist der Master RMA620M. Der ist angelehnt an den Dreadripper-Kühler, den Cooler Master bereits auf den Markt hat. Jetzt gibt es den Kühler eben für die Mainstream-Sockel AM4 und LGA1151, hier mal als Beispiel genannt. Schwarzer Kühler, RGB-Beleuchtung, Doppelturmkühler mit einem Lüfter in der Mitte, dazu eine hohe Sockelkompatibilität. Aber das Ganze hat seinen Preis. Wir fangen so bei knapp ab 93 Euro im Preisvergleich an. Das ist schon mal eine ordentliche Hausnummer. Ob der Kühler dieses Geld wert ist, das schauen wir uns jetzt genauer an. Wenn ihr euch den Master RMA620M zugelegt habt, kommt ihr in dieser Kartonage zu euch nach Hause. Es gibt wie immer ein Zubehörpaket dazu mit Montagematerial für alle gängigen Sockel. Montage realisiert Cooler Master mit einer Multi-Backblade, sowohl bei AMD als auch bei Intel. Ansonsten gibt es natürlich noch ein bisschen Wärmeleitpaste dazu, als dann auch einen RGB-Taster. Das ist vor allen Dingen für Leute interessant, die noch ein älteres Mainboard zu Hause haben. Dann könnt ihr die Beleuchtung auch ansteuern, ohne dass sie da groß Klimmzüge veranstalten müssen. Der MA620M ist dann ein Doppelturmkühler mit zwei Kühltürmen jeweils mit entsprechenden Aluminiumlamellen, komplett in schwarz gehalten. Auf den ersten Blick sieht er auch gar nicht aus wie ein Doppelturmkühler, denn Cooler Master arbeitet hier mit allerhand Covern, um das Design, wie sie sich es eben dann vorgestellt haben, zu realisieren. Und hier muss man an dieser Stelle sagen, das Design ist Cooler Master wirklich sehr, sehr cool gelungen. Schicke, dezente RGB-Beleuchtung auf der Oberseite, die ihr entsprechend natürlich seht, wenn ihr das Ganze im Gehäuse eingebaut habt. Kombiniert mit dem sonst schwarzen Finish. Wirklich sehr, sehr schick und auch einfach mal was anderes im Kühlermarkt. Weiterhin ist der Kühler ein echtes Schwergewicht. 1,6 Kilogramm bringt er auf die Waage, also noch ein echtes Stückchen Hardware und in der Höhe misst er 16,5 Zentimeter. Hier müsst ihr je nach Gehäuse dann zu Hause nachmessen, ob ihr Platz für dieses Monstrum bei euch im PC dann habt. Für die Belüftung des Kühlers setzt man auf einen 120 Millimeter Lüfter. Der hört auf den Namen SF120R, ist ein PWM-Lüfter aus dem Hause Cooler Master mit einem großen Drehzahlspektrum von 650 bis 2000 Umdrehungen. Da wird es natürlich nachher für uns interessant sein, wie er sich entsprechend bei der Kühlleistung als auch bei der Lautstärke dann positioniert. Interessant an dem Kühler ist jetzt, ihr seht den Lüfter auf Anhieb erstmal gar nicht, der sitzt hier hinter dieser Blende. Ihr könnt diese ganzen Blätten auch abnehmen, das ist allerdings etwas fummelig realisiert. Das heißt, wenn ihr den Lüfter austauschen möchtet, was ihr durchaus machen könnt, da passen alle standardmäßigen 120 Millimeter Lüfter in den Kühler rein. Dann müsst ihr so 10 bis 15 Minuten einplanen, ihr müsst nämlich diese ganzen Cover runternehmen. Das ist zum Teil auch noch geschraubt. Ich blende euch hier gerade mal eine Explosionszeichnung ein, wie viele Teile das schlussendlich dann sind, wenn ihr das auseinander gebaut habt. Wenn ihr das alles gemacht habt, kommt ihr entsprechend dann an den Lüfter dran und könnt ihn dann, wie gesagt, austauschen. Ist aber auch, wie angesprochen, relativ fummelig gestaltet. Kommen wir zum Thema RGB-Beleuchtung. Die findet sich auf dem Deckel wieder gepaart mit schwarzer Klavierlackoptik und ein bisschen mattem Kunststoff. Sieht sehr schick aus. Wir haben zwei Zierleisten außen und noch ein Emblem innen. Das könnt ihr dann entsprechend eurer Lust und Laune beleuchten. Mit dem beiliegenden Taster könnt ihr einige Effekte und auch statische Farben auswählen. Wenn ihr da natürlich mehr haben möchtet, müsst ihr entsprechend auf eure Mainboard-Software zurückgreifen. RGB-Technisch setzt man hier auf einen 3-Pin-Stecker mit einer Betriebsspannung von 5 Volt. Das ist es zu beachten, dass ihr auch einen entsprechenden Header dann bei euch auf dem Mainboard habt. Und da könnt ihr den Kühler noch ein bisschen in Szene setzen, wenn ihr vielleicht ein bisschen Beleuchtung im PC haben möchtet. Ansonsten setzt man beim Master M620M auf sechs 6mm Kupferhitpipes, die ebenfalls schwarz lackiert sind. Als Kontaktfläche zum Prozessor dient eine massive Kupferbodenplatte. Und man hat sich auch dazu entschieden, oberhalb der Kupferbodenplatte auch noch ein bisschen Kühlfläche bereitzustellen. Deshalb hat man hier quasi nochmal einen kleinen Kühlkörper zwischen die Finnen und die Bodenplatte integriert. Beim Design als auch bei der Verarbeitung gibt es von unserer Seite absolut nichts daran auszusetzen am MA620M. Und wir kommen jetzt zur Montage. Bei der Montage zu beachten, das geht sowohl bei Intel als auch bei AMD-Systemen mit dem beiliegenden Montagezubehör. Man setzt hier auf ein hauseigenes Montagesystem mit einer Multi-Backblade, mit entsprechenden Abstandshaltern und den entsprechenden Montagebügeln. Besonderheit am Master RMA620M ist jetzt, die beiden finalen Schrauben, die ihr reintreten müsst, sind bereits am Kühler integriert. Die werden nachher dann von oben verschraubt. Ihr müsst also, wenn ihr das ganze Zubehör bereits auf dem Mainboard montiert habt, nur noch den Kühler mit Werbeleitpaste auf die CPU aufsetzen und dann das Teil entsprechend mit Gefühl festziehen. Ihr benötigt für die Montage einen kleinen Schraubendreher und ihr solltet vielleicht so 10 bis 15 Minuten einplanen. Vor größere Herausforderungen stellt euch die Montage jetzt nicht. Es gibt einfache Systeme, es gibt aber auch schwierigere und wenn ihr mal nicht weiter wisst, dann werft einfach einen Blick in die Anleitung, die ebenfalls im Zubehörpaket dabei liegt. Auch für Leute, die Arbeitsspeicher mit hohen Kühlkörpern in ihrem System haben, da bietet der MA620M viel Platz. 6,9 cm dürfen die Riegel maximal hoch sein, dann passen die auch noch unter den Kühler quasi drunter. Das ist ziemlich cool und die meisten Riegel dürfen sich so mit dieser Höhe mehr als zufrieden geben. Interessantes Thema bei einem Kühler wie immer, die Kühlleistung, da schneidet der Cooler Master Master MA620M grundsolide ab. Er positioniert sich bei uns leider im hinteren Mittelfeld und wie er im Vergleich zu anderen Kontrahenten aussieht, das könnt ihr euch hier im Diagramm in Ruhe ansehen. Thema der Lautstärke auch immer wichtig bei einem Kühler, auch hier positioniert sich der Kühler so im hinteren Mittelfeld, kann man sagen. Dennoch sind wir positiv überrascht davon, denn ein Lüfter mit 2000 Umdrehungen ist natürlich ganz klar aus dem System wahrzunehmen. Wenn ihr ihn allerdings wieder ein bisschen runterregelt, ab so 1,5, vernehmt ihr ihn, je nachdem was ihr sonst verkauft habt, dann so gut wie gar nicht mehr aus dem PC-System heraus. Kommen wir zum Fazit. Was meinen wir jetzt also zum MA620M aus dem Hause Cooler Master? Nun, rundum hervorragend verarbeitet, lässt sich kinderleicht montieren, bietet Platz für Arbeitsspeicherriegel mit hohen Kühlkörpern, bietet eine grundsolide Kühlleistung. Auch die Lautstärke bewegt sich in einem Rahmen, wo man sie erwartet hat. Das ist auch kein Anlass groß zur Kritik. Daneben, was besonders erwähnenswert ist unserer Meinung nach, ist das schicke und coole Design. Da hat Cooler Master wirklich einen ganz tollen Job gemacht in unseren Augen. Schwarz das Ganze, mit vielen Kammern gearbeitet, in der dezenten RGB-Beleuchtung, der Lüfter ist auf Anhieb gar nicht ersichtlich, wo der denn jetzt eigentlich ist. Das ist einfach mal was anderes und sieht je nachdem, was für ein PC ihr zu Hause habt, sicher sehr, sehr schick aus. Kommen wir nun zum Preis. Der Preis, das ist der größte Knackpunkt an dem Kühler, denn der fängt so ab 93 Euro an. Das ist eine ganze Stange Geld für so einen Kühler und für die Kühlleistung, die er bietet, als auch in Kombination mit entsprechend der Lautstärke, muss man leider sagen, dass der Kühler dann hier viel zu teuer angeboten wird. Das ist auch der Hauptkritikpunkt von unserer Seite. Am Kühler selbst können wir eigentlich groß nichts Negatives feststellen. Eine gute, grundsolide Leistung, tolle Optik, wie angesprochen, und hohe Kompatibilität. Nur der Preis, ja, heißt jetzt nicht, dass ihr euch den Kühler nicht zulegen könnt. Allerdings, wenn es euch jetzt wirklich um Leistung geht und nicht wirklich ums Design, dann seid ihr vielleicht mit einem anderen Kühler, auch aus dem Hause Cooler Master, besser aufgehoben. Wie seht ihr das? Ist der zu teuer? Würdet ihr euch den kaufen? Findet ihr das Design schick oder was habt ihr sonst noch auf dem Herzen? Dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Dann würde ich sagen, das wäre es soweit von unserer Seite. Und wie immer, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über ein Abo, einen Daumen nach oben. Und natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keines mehr unserer Testvideos. Ich bin der Jan, vielen Dank wieder, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Und bis zum nächsten Test bei StreetPic. Los Rats Los Rats Los Rats Los Rats Vielen Dank.